Hallo meine Lieben, ja, ich denke jetzt Wassermann, ja, Taro, lieber Februar vom 15. bis 29. Ich beginne mit den Singelstapfen zu faschen, ja. Was gibt es da für Botschaften, Wassermann und Wasserfrauen? Bin auch gespannt. Und dann ein Spatenstapfen. Und dann... Und dann ein Spatenstapfen. Und dann ein Spatenstapfen. Und dann ein Spatenstapfen. Und singelstapeln. Die Wolter raus. Wasser, Männer, Wasserfrau, Singelleben. Was hast du hier? Chefsache. Die Sonne wird für dich scheinen. Nicht nur in der Liebe, sondern auch im Berufshaus. Wundervolle, positive Nachricht, ein Neuvertrag, eine neue Aufgabe oder eine neue Arbeitsstelle erwarten dich. Und genau dort ist er, der Mann, der dein Single-Dance beenden wird. Er kann dein Chef sein, ein Kollege, ein Mitarbeiter. Ihr seid von Anfang an auf einer Wellenlänge und habt eine tolle Kommunikation. Eine feste Beziehung wird daraus entstehen und du wirst dein Glück kaum fassen können. Denk also daran, die Liebe kommt über den Beruf zu dir. Vielleicht ist es auch für dich, eh an der Zeit, hier Veränderungen herbeizuführen. Enthüllung, Offenbarung, das kommt. Dich nicht davon drücken, dein Glück in der Hand zu nehmen. So merke ich das. Und Entscheidungen treffen in Sachen Liebe. Ich denke gerade an dich. Ich liebe dich. Und dieser Mensch wird sehr telepathisch auf dich. Diese Kommunikation auf telepathischer Ebene auch sein. Das wirst du merken. Zum Beispiel, du bist auf dem Arbeitsplatz, an einer neuen Arbeitsstelle und du triffst diese jemanden. Kommunikation wird hervorragend sein. Das hat ja hier auch gedeutet. Und du denkst etwas und er sagt, das ist voll Telepathie. Auf dieser telepathischen Ebene. Sehr verbunden sein. Achte darauf. Kommunikation. Wunschpartner. Was heißt man hier? Es tut mir leid. Ich weiß, dass die Kommunikation mit mir derzeit nicht einfach ist und das tut mir wahnsinnig leid. Ich tue dir weh, wenn ich mich nicht melde oder dir gar nicht erst antworte. Und selbst wenn ich dann antworte, hinterlasse ich einen Scherbenhaufen in deinem Inneren. Und du bist genauso schlau wie vorher. Ich bin einfach ein Feigling. Gier. Gier, 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 Gier. Der handelt nach Gier, dieser Mensch, dieser Wunschpartner. Und die Entscheidung muss getroffen werden. Und du wirst ihm das kommunizieren. Du wirst mutig sein und ihm die Wahrheit ins Gesicht zeigen. Diese Wunschpartner. So merke ich das. Achtung wegen Streit. Streit in der Kommunikation. Das tut dir so weh. Das tut dir so weh. Diese Kommunikation, die er nicht einmal antwortet. Der Mensch ist so gierig. Er schaut nur auf sich. So merke ich diese. Du musst Entscheidungen treffen. Manifestation. Deine Träume werden in Erfüllung gehen. In Zukunft. Was Sacheliebe anbelangt. Auch dieser jemand hier, meine Liebe. Oh, der tut dir nicht gut. Toxisch. So merke ich das. Achtung. Und du wirst deine ins Gesicht sagen. Die Klarheit. Die Wahrheit. Die Klarheit. Entschuldigung. Die Wahrheit meine ich. Ihr wisst ja, was ich meine. Und für Wasser, Männer, Wasserfrauen bis Ende Februar. Was gibt's noch? Ach Gott, warte, ich muss noch mal. Manchmal. So, jetzt. Was gibt's da für Botschaft bis Ende Februar, ja? Wassermänner, Wasserfrauen. Des Wartenswert. Göttlicher Timing. Bestimmt ein Liebesleben, ja? So, meine Lieben. Das war Oracle, Wassermann, Tarot. Liebe Botschaften bis Ende Februar. Bis zum nächsten Video. Bye. Bye.